Guten Tag, ich leidlebe dich. Wie geht's dir? Ich hab Lotte gewonnen. Regel 1, Ruhe bewahren. Keine Panik. So ein Lotto-Gewinn ist nicht einfach nur Geld, er verändert ihr Leben. Was ist los mit Ihnen? Nehmen Sie Drogen oder haben Sie zurzeit Probleme? Probleme? Wir wissen schon, was kaufen. Legen wir zusammen, kaufen ein schönes Hotel in Turquay. Drogen und alle. Ich meine, mir geht's jetzt gut. Es ist viel Geld. Ich kann machen, ich bin glücklich. Gül! Gül! Ich will mal ganzes Geld in den Beziden, damit es eine richtig geile Platte wird. Ich fliege nächste Woche in die Türkei und mache einen Deal mit der größten Plattenfirma ab. Und dann kommt Suh und wir nehmen die Platte auf. 8 Jahren. Das ist mir im Privatsch, der ist nicht alles für deine Kosten ab. Das ist mir wichtig. Nein, nein, nein inzubringen. Das ist mir wichtig. Ist mir von der Zeit noch nicht, wenn wir unser Geld nicht vergessen? Das ist mir wichtig. Dass du Zeitgült bist, was wird die Türkei örtet? Wir wissen ja, das ist mir der Türkei. Anlnümsen, wie es denn? Das ist es so schön. Aber die Krabbe! Ich bin die Mianzlöhr, ich bin der Krabbe. Ich bin der Krabbe! Stop! Hey, 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 hey. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Untertitelung des ZDF, 2020